Wir schauen uns jetzt Trennungseigenschaften topologischer Räume an. Genau genommen wird es um vier Eigenschaften gehen. Die werden im Allgemeinen mit T1, T2, T3, T4 bezeichnet, die ich hier genau machen werde. Hier werden gleich Schaubilder hinkommen, falls ihr euch wundert. Wir werden jetzt verschiedene Eigenschaften besprechen. Ich werde Beispiele geben, das ist, glaube ich, ein relativ einfacher Abschnitt. Ich werde ein bisschen zeigen, was diese Eigenschaften eigentlich genau aussagen. Und dann war es das auch schon. Also das ist, glaube ich, jetzt mal ein etwas harmloser Teil. Im nächsten Abschnitt werden wir das Ganze dann anwenden, beziehungsweise zeigen, dass unter gewissen Trennungseigenschaften, die gleich hier besprochen werden, stetige Funktionen existieren, beziehungsweise gewisse Fortsetzungsaussagen über stetige Funktionen gemacht werden können. Da werden es dann ein paar heftige Beweise, aber das kommen wir noch. Wir lassen es jetzt erstmal ruhig angehen. Okay, dann schreibe ich jetzt erstmal ohne viel Fehler lesend die verschiedenen Trennungseigenschaften um die Tafel, die ich besprechen will. Man nennt das quasi auch Trennungsaxiome. So, ich nehme mir erstmal irgendeinen topologischen Raum in den folgenden Beschreibungen. Und zwar sage ich mir zuerst, dieser Raum x heiße T1-Raum, wenn gilt, zu je zwei Punkten, x und y aus x, die nicht übereinstimmen, also mit x ungleich y, kann ich Umgebungen finden, gibt es u eine Umgebung von x, v eine Umgebung von y, so das gilt, x liegt nicht in v, y liegt nicht in u. So, das heißt, dass ich jetzt mal als Schaubild, wenn ich zwei verschiedene Punkte wähle, also hier einen Punkt x, hier einen Punkt y, da kann ich eben Umgebungen finden, so dass der Punkt x nicht in der Umgebung liegt und der Punkt y nicht in der Umgebung liegt. So, das sind so Sachen, die sind halt bei den meisten geometrischen Situationen, die man sich so vorstellen kann, selbstverständlich, aber so trivial ist es eben nicht. Also es gibt Typologien, die das nicht können, wie wir gleich sehen werden, also das ist jetzt nur so eine ganz, ganz elementare Eigenschaft. So wie es aussieht, für die meisten Räume wird das schon erfüllt sein, die man in der Praxis betrachtet, aber trivial ist es eben nicht. So, zweitens, wir verschärfen mal die Lage etwas. x heißt, und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Begriff von diesen vier, heißt T2-Raum oder, und das ist ein Begriff, den ihr vielleicht auch schon aus der Analyse kennt, Hausdorfraum. So, wenn gilt. So, da machen wir jetzt eine etwas strengere Voraussetzung, und zwar für alle wieder x, y aus x, die nicht übereinstimmen, gibt es wieder Umgebungen von x und y, Umgebung von u von x, v eine Umgebung von y, und jetzt wollen wir aber nicht nur, dass die Punkte nicht drin liegen, sondern dass diese beiden Umgebungen des Jungts sind. so, das heißt im Bild, das hier wäre jetzt quasi ein Beispiel, was eben nicht das erfüllen würde, also hier dürfen sie sich ruhig überschneiden, wenn ich hier einen Punkt x nehme und einen Punkt y, dann soll ich Umgebungen finden, die also schön des Jungts sind voneinander, das wären also u und v. Okay, jetzt kommen noch zwei andere Trennungseigenschaften, und da kommen jetzt abgeschlossene Mengen plötzlich ins Spiel. So, x heißt T3-Raum oder, dafür gibt es ein anderes Wort, regulär, ein regulärer Raum. Regulär, wenn gilt. Für alle Punkte x und abgeschlossenen Teilmengen x, sodass x nicht in a liegt, gibt es u, v offen mit x in u, also eine Umgebung von x, a Teilmenge v und u geschnitten v ist leer. So, das heißt, wir haben einen Punkt und wir haben irgendeine abgeschlossene Menge, das ist ja meinetwegen hier so ein Rechteck in diesem Bild. So, da kann ich ein u finden, hier, und eine Umgebung v von a, sodass diese beiden des Jungen sind. Wegen sowas übrigens Trennungseigenschaften, hier kann ich quasi zwei Punkte trennen, hier kann ich einen Punkt und eine abgeschlossene Menge trennen. So, schließlich kommen wir noch zu T4. x heißt T4-Raum oder normal, also ein normaler Raum, wenn gilt, so, neben hatten wir einen Punkt und eine abgeschlossene Menge, jetzt haben wir einfach zwei abgeschlossene Mengen, und zwar für alle a, b, Teilmenge x abgeschlossen und disjunked, gibt es u, v, Teilmenge x offen, sodass eben a in u liegt, b in v und dass die offenen Mengen disjunked sind. also um je zwei abgeschlossene Mengen, die sich nicht überschneiden, kann ich immer noch irgendwie Platz finden für zwei offene Mengen, die sich auch nicht schneiden. So, das heißt also, in dem Schema wäre, dass wir haben hier zwei abgeschlossene Mengen, dann machen wir mal zwei Rechtecke, so, und ich habe hier eben offene Mengen um diese Rechtecke, die sich nicht schneiden. Also hier wären a, b, u und v. So, das sind jetzt so die entscheidenden Trennungseigenschaften. Jetzt fragt man sich natürlich erst, was soll das? Und stellt sich eben raus, dass diese Eigenschaften sehr viele schöne Konsequenzen haben. Ich werde gleich so die Haupteigenschaften von diesen Trennungsaxiomen nochmal betrachten. Bevor wir das tun, gibt es erstmal Beispiele. Wenn man sich mal vorstellen muss, welche, also was es eigentlich heißt, oh, steht schon wieder aus dem Bild, was es eigentlich heißt, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, oder wenn einige davon erfüllt sind und andere nicht. Außerdem, achso, das kann ich vielleicht hier schon mal erwähnen, man muss außerdem aufpassen, es gilt jetzt im Allgemeinen nicht, dass irgendwie aus T4, T3 folgt, daraus folgt T2 und so weiter, denn es gibt ein ganz banales Problem. Hier wissen wir, wir können zwei Punkte trennen bei der Hausdorfeigenschaft. Hier können wir einen Punkt und eine abgeschlossene Menge trennen. Da müsste man so sagen, wunderbar, dann folgt auch diese Eigenschaft. Nein, denn in allgemeinen topologischen Räumen muss ein Punkt nicht abgeschlossen sein. Das ist das Problem hierbei. Also es kann sein, dass wir quasi Topologien haben, in denen Punkte nicht abgeschlossen sind. Das sind meistens Topologien, die man über jeden Preis vermeiden will, weil die furchtbar kompliziert und hässlich werden können. Aber das kann eben passieren. Deswegen ist der Zusammenhang zwischen diesen Eigenschaften nicht so ganz klar. Gut. Achso, vielleicht erst mal kurz Bemerkungen sammeln. Bevor ich zu den Beispielen komme, das sind jetzt quasi im Prinzip drei gesammelte Sachen, die man hierzu noch anmerken sollte. Einmal, außerhalb dieses Abschnitts werde ich nur die Eigenschaften T2 und T4 verwenden, also Hausdorfräume und normale Räume. Ich habe jetzt die anderen mal hinzugefügt, einfach nur der Vollständigkeit halber, weil die auch ab und zu mal auftauchen in der Topologie. Allerdings, also außerhalb dieses Abschnitts nur T2 und T4. Also reguläre Räume und T1-Räume an sich, die tauchen im Allgemeinen so in der modernen Topologie kaum noch auf. Das sind eigentlich ziemlich alte klassische Themen und das sind so sehr spezielle Situationen, wo man die benötigt. Deswegen werde ich die erstmal weglassen, weil die wirklich nicht so wichtig sind. Also wichtig sind wirklich die Hausdorfeigenschaft, die wird immer und immer und immer wieder auftauchen und dann eben die Eigenschaft normale Räume, normal zu sein, das wird auch noch häufig auftauchen im Semester und das ist, ja, die beiden sind so die wirklich wichtigen. Also das ist jetzt mal wirklich, dass man so einen kleinen vollständigen Überblick bekommt, was es so noch gibt und was es an verschiedenen Eigenschaften gibt und wir werden gleich kurz besprechen, was T1 und T3 eigentlich bewirken oder was die genauen Aussagen, was man daraus folgern kann. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt nur hier in dem Abschnitt gehen, der Rest ist egal. Also im Rest ist es egal. So, beziehungsweise habe ich gerade schon wieder gelogen. Ich habe gesagt, ich wollte der Vollständigkeit halber, ich war aber nicht vollständig, denn es gibt weitere Trennungsaxiome und die kann man sich, ja, die werden dann beliebig esoterisch. So, es gibt nämlich zum Beispiel noch Axiome, die gehören quasi auch immer in diese Reihe, je nachdem, was irgendwie komisch schwächer und stärker ist. Es gibt zum Beispiel noch T0, es gibt, Entschuldigung, T0, es gibt T5, es gibt sogar noch was, was Leute T2,5 und T3,5 nennen. Allein die Namensgebung. Aber, naja, das sind verschiedene Eigenschaften, die es noch gibt, also da möchte ich nicht weiter darauf eingehen, da gibt es so, wenn ihr euch alte Topologie der Bücher anschaut, über mengentheoretische Topologie, dann findet ihr oft noch solche Eigenschaften darunter, findet ihr die Eigenschaften mal genauer, bloß man braucht sie wirklich selten, nur wirklich in sehr speziellen Situationen. Und da will ich jetzt das eben in diesem Kurs erstmal weglassen. So, dann drittens, es gibt ein kleines Problem, deswegen schreibe ich mal Achtung, und zwar der Begriff Normal, für den gibt es zwei verschiedene Konventionen. Also, es gibt zwei Konventionen und je nachdem, in welches Buch man schaut, findet man unterschiedliche Wahlen, zum Beispiel in, ja, beziehungsweise ich sage es ja immer, was es ist, also ich habe hier, in dieser Vorlesung ist für mich ein normaler Raum ein T4-Raum. So, die andere Möglichkeit, und die wird zum Beispiel, jetzt habe ich leider in den Büchern, die ich angegeben habe, wird meistens die andere verwendet, und zwar in den Büchern von Laures und Lee müsste es glaube ich so sein, dass die andere da verwendet wird, ja, also je nachdem. die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, normal ist T4-Raum, der zusätzlich Hausdorf-Raum ist. So, das wäre jetzt was, wo in meiner Sprechweise, oder in meiner Notation würde ich einfach sagen, das ist ein normaler Hausdorf-Raum. Also, hier wäre das ein normaler Hausdorf-Raum. Also, das ist wirklich Konventionssache. Ganz allgemein kann ich aber sagen, ich habe wirklich mal ein bisschen Wühlarbeit gemacht, es gibt wirklich wenige normale Räume, in meinem Sinne, also T4-Räume, die nicht Hausdorf sind. Also, um die zu finden, sind es entweder sehr banale, oder halt wahnsinnig komplizierte Beispiele. Das ist auch wirklich nicht trivial, so etwas zu zeigen. Es gibt zum Beispiel so einen Satz von Stone, aus den 40ern ist der, glaube ich, den hatte ich gefunden, und zwar, wenn man überabzählbare Produkte von nicht kompakten, metrischen Räumen nimmt, mit der Produkttopologie, dann ist das T4, aber nicht T2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Beweis davon ist, da müsst ihr mich auch mal einen Tag hinsetzen, und das will ich ganz in Ruhe alles durchgehen. Das ist wirklich kompliziert. Also, ja, also, theoretisch ist quasi ein T4-Raum nicht unbedingt Hausdorf, aber praktisch wird es das meistens sein. Das nur nebenbei. Ja, okay. Das so an Bemerkungen. Da stehen die Tafeln eigentlich gerade richtig. Ich muss gerade mal auf meinen Bildschirm linsen. Jupp, wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt mal so einige Beispiele. also wann welche Eigenschaften gelten. So, erstmal die blöden Beispiele. die diskrete Topologie. Die hat jetzt den Vorteil, dass wir in der sehr, sehr, sehr viele offene Mengen haben, nämlich so viele, wie es geht. Deswegen können wir auch diese Trennungseigenschaften so schön betrachten. Und zwar, die diskrete Topologie auf einer beliebigen Menge X erfüllt alle vier Axiome. So, das liegt einfach daran, dass jede Menge offen ist. Und das heißt, wenn ich A und B irgendwie wähle, oder ich habe A und X und so weiter, kann ich einfach hier zum Beispiel die Mengen A und B selbst als offene Umgebung nehmen. Oder eben hier die Mengen A und klein X, die nur den Punkt klein X enthält, die als offene Umgebung definieren oder nehmen. Das heißt, also da gibt es nichts zu zeigen. Das folgt von alleine. So, jetzt schauen wir mal die andere blöde Topologie an. So, wenn ich jetzt nur ein Element habe in meiner Menge, dann ist die indiskrete Topologie die selbe wie die diskrete. Also nehme ich jetzt erstmal an, ich habe mindestens zwei Elemente. So, und wenn das der Fall ist, so ist die indiskrete Topologie auf X. So, und da kann ich mir jetzt überlegen, die indiskrete Topologie hat ja quasi viel zu wenige offene Mengen. Das ist ja die einzige nichtregale offene Menge der Raum selbst. Das heißt, da werde ich nichts trennen können. Da kann ich keine desjunkten offenen Mengen finden. So, das heißt, dann ist das Problem, wenn ich jetzt also zwei verschiedene Punkte hier wähle, also zwei unterschiedliche Punkte, dann kann ich nie im Leben solche Umgebungen finden. Das heißt, T1 und T2 können schon mal nicht erfüllt sein. Also, die ist weder T1 noch T2. Aber, und jetzt gibt es was wirklich Blödes, wenn ich mir T3 und T4 anschaue, dann habe ich also entweder zwei desjunkte abgeschlossene Mengen oder halt eine desjunkte abgeschlossene Menge und einen Punkt. Aber, die einzige abgeschlossene Mengen sind die leere Menge und der Raum selbst. So, und wenn ich den Raum selbst nehme, kann ich nicht so einen desjunkten Punkt dazu finden. Das heißt, dann ist die Bedingung einfach leer und genauso kann ich hier keine zweite abgeschlossene Menge finden, weil kein Platz mehr da ist, weil ich schon den ganzen Raum genommen habe. Das heißt, die Bedingung hier, die erfüllt werden muss, ist leer. Das heißt, die indiskrete Topologie ist tatsächlich T3 und T4, weil dieser Fall einfach nicht eintreten kann. Also, es ist blöd, aber die Konventionssache ist quasi, also so ist die indiskrete auf weder T1 noch T2, aber sie ist regulär und normal. Es sträubt sich zwar einem, so etwas regulär und normal zu nennen, aber wenn man halt nach dem Gesetz geht oder nach den Regeln, dann ist halt die Bedingung einfach leer. Also, die Bedingungen sind leer. Ja. So, und bei diesen Eigenschaften und wie sie auseinander folgen, da kann man jetzt nur eine Sache kann man wenigstens sagen, denn jeder Hausdorfraum, also jeder T2-Raum ist ein T1-Raum. Denn wenn ich zwei disjunkte Umgebungen habe, die von verschiedenen Punkten dann gilt insbesondere diese Bedingungen aus T1. Das heißt, das ist auf jeden Fall der Fall. Also, das ist so die Folgerung, die ich hier machen kann. Mehr kann ich aber nicht folgern. So, jetzt kommen noch zwei kuriosen Beispiele. Dazu muss ich nur kurz wischen. Jetzt hätte ich fast eines der wichtigsten Beispiele vergessen. Bevor ich die beiden kuriosen Räume, die ich versprochen habe, mache, werde ich zuerst mal metrische Räume betrachten. Nämlich, hier ist die Situation ziemlich einfach. Jeder metrische Raum ist ein Hausdorfraum. Achso, ich nehme gleich mal eine Notation dazu. XD ist ein Hausdorfraum. So, das kann man sehr schnell beweisen. Wir nehmen zwei Punkte aus dem metrischen Raum, die nicht übereinstimmen. und sagen jetzt, R sei der Abstand dieser beiden Punkte, also D von XY. Das ist in dem Fall also größer 0. So, und wenn wir das jetzt haben, können wir die Mengen U und V, die eben diese beiden Punkte voneinander trennen, explizit angeben. Nämlich, U wäre einfach nur die Kugel, die offene Kugel mit Radius R halbe um X und V die offene Kugel mit Radius R halbe um Y. Und, dass die sind gerade, der Radius ist so klein, ist die sich so gerade nicht treffen. Hätten natürlich auch beliebigen anderen kleineren Radius nehmen können, aber die beiden können sich eben dann nicht überschneiden, weil der Abstand zu groß ist. Das heißt, damit haben wir direkt unsere trennenden offenen Mengen, also wir haben direkt die offenen Kugeln, die wir angeben oder direkt hinschreiben können. So, dann gilt weiterhin, das werde ich jetzt nicht beweisen, weil der beweist nur so ein bisschen mehr Arbeit, das alles zu machen. Jeder metrische Raum ist auch normal. Dazu muss man quasi die Funktion betrachten, die jeweils zu einer festen abgeschlossenen Menge den Abstand jedes Punkt ist zu dieser Menge. Also, was ist quasi der kleinste Abstand zu einem Punkt aus der Menge? Diese Funktion betrachten, zeigen, dass die stetig ist und mit der arbeiten. Da ist ein bisschen mehr, es ist eigentlich nicht so schwer, aber es ist doch schon einiges an Arbeit, das zu machen. Also, was halt folgt, jeder metrische Raum ist normal. Also, wie gesagt, den Beweis gebe ich hier nicht. So, jetzt kommen die kuriosen Beispiele und zwar, jetzt betrachten wir einen ganz unschönen. Wir betrachten die natürlichen Zahlen, aber jetzt eben nicht mit der diskreten Topologie, sondern mit der koffiniten Topologie. falls ihr gerade mal grübeln müsst, was war das nochmal? Ich schreibe es nochmal kurz hin. Die Menge der offenen Mengen T ist also gerade die Menge aller U-Teilmenge N, sodass N ohne U eine endliche Menge ist. So, das hatte ich am Anfang mal definiert als ein Beispiel für eine Topologie. und da kann man eben zeigen, N ist T1-Raum, hat aber keine der anderen Eigenschaften. So, das ist, ja, ist kurios, aber dazu werde ich auch eine Übungsaufgabe noch machen, die das Ganze ein bisschen allgemeiner macht, dass ihr euch mal anguckt, was diese koffinite Topologie eigentlich mit den Trennungseigenschaften macht. Da muss man wirklich mal sich mal hinsetzen und rechnen. Also, das kann ich allen nur sehr empfehlen. Gerade jetzt, also ich werde auf dem vierten Blatt eben hauptsächlich dann Aufgaben und Zusammenhang und Trennungseigenschaften und gerade diese Aufgaben zu den Trennungseigenschaften kann ich nur sehr empfehlen, die mal zu rechnen, weil das Sachen sind, wo man so ein Gefühl für bekommen muss, indem man damit arbeitet. Also, das möchte ich euch nur sehr empfehlen. So, dann haben wir jetzt noch ein etwas expliziteres Beispiel, nämlich das, was ich schon mal hatte, die Gerade mit zwei Ursprüngen. Darüber hatte ich bei Summentopologien den Abschnitt, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Die Idee war, wir verkleben quasi zwei Geraden überall, nur nicht am Ursprung und kriegen damit sowas wie eine Gerade mit zwei Ursprüngen, mit einer sehr kuriosen Topologie. Da hatten wir das. Ich hatte bisher schon gezeigt, da sind Grenzwerte nicht eindeutig und was man sich hier eben überlegen kann, ist diese Gerade mit zwei Ursprüngen. Das war genau, aus Beispiel, ich gebe es nochmal kurz an, 2, 43, 2. So, diese ist kein Hausdorfraum. So, da kann man sich eben überlegen, dass man die beiden Ursprünge nicht trennen kann. Denn die beiden Ursprünge lassen sich nicht trennen. Und da muss man sich nochmal überlegen, das ist vielleicht auch eine kleine Übung, die ich jetzt so nicht stellen werde, was sind eigentlich jetzt die offenen Umgebungen von den beiden Ursprüngen. Die sind beide, quasi, die haben immer einen Teil von der Geraden drin, also immer einen Teil von dem, der identifiziert wird, also wo zwei Geraden identifiziert werden. Und wir können da eben sehen, wenn ich jetzt quasi aus der einen Umgebung den einen Ursprung rausnehme, den anderen wieder reinlege, kriege ich wieder eine neue Umgebung. Und daraus kann ich eben folgern, dass quasi die beiden Umgebungen sich schneiden müssen auf diesem identifizierten Bereich. Da geht es einfach nicht anders. Das ist auch eine Sache, wo man es ganz gut sehen kann. Das ist jetzt wirklich mal ein konkreteres Beispiel für einen Hausdorfraum, der jetzt nicht so, das jetzt nicht ganz so künstlich ist wie das hier. Okay, jetzt kommen wir mal dazu, welche Eigenschaften, oder was eigentlich folgt, wenn wir diese Trennungseigenschaften annehmen. Und da kommen wir erstmal zu der ganz elementaren, Satz 3, 31. Und zwar, ein topologischer Raum ist genau dann wenn jeder Punkt abgeschlossen ist. Da ist also genau diese Sache, die ich eben als Problem dabei hatte. Wenn, also strenger noch muss ich jetzt sagen, jede einpunktige oder einelementige Teilmenge abgeschlossen ist. So, und das ist jetzt wieder so ein Beweis, wo man erst denkt, das ist komplizierter, am Ende muss man sich einfach nochmal ordentlich hinschreiben, was da eigentlich steht. So, machen wir erstmal die eine Richtung. So, wir nehmen also, x sei ein T1 Raum. Und wir nehmen einen Punkt aus x und wollen jetzt eben zeigen, dass die Menge, die nur klein x enthält, dass die eben abgeschlossen ist. So, jetzt weiß ich aber, erstmal, wenn es ein T1 Raum ist, für alle y aus x ohne x, also für alle Punkte, die nicht x sind, gibt es eine Umgebung u von y mit, ja, x liegt nicht in y, das heißt, u liegt auch in x ohne x. Ha, da steht es aber schon, denn das heißt ja wirklich nach Definition, x ohne x, ist offen. Das heißt, daraus folgt, x ohne x ist offen, also ist x abgeschlossen. die andere Richtung ist auch nicht schwerer. Da muss man sich auch wieder überlegen, was da eigentlich steht. So, die andere Richtung, also wir nehmen jetzt an, dass die einpunktigen Mengen alle abgeschlossen sind und wollen jetzt eben zeigen, dass dann T1 gilt. so, also sei x Top Raum, sodass die Menge x abgeschlossen ist für alle x aus x. So, wenn das der Fall ist, dann wollen wir jetzt also zwei Punkte trennen. Das heißt, wir brauchen erstmal zwei Punkte, x, y aus x, die nicht übereinstimmen. So, dann weiß ich, x ohne x und x ohne y sind offen. So, und da eben y in x ohne x liegt und x in x ohne y liegt, heißt das, ich finde also jeweils oft eine Umgebung der beiden Punkte, die eben dann auch noch drin liegen. Das heißt, damit folgt, es gibt erstmal eine Umgebung u Teilmenge x ohne x, äh, nee, wir machen erst x ohne y von x, äh, Umgebung von x und es existiert genauso v Teilmenge x ohne x Umgebung von y, weil die einfach drin liegen. So, und diese beiden Mengen tun es schon. Denn dann ist, äh, x liegt nicht in v, y liegt nicht in u und das müssen wir ja nur zeigen, ne, damit folgt x ist t1-Raw. So, das heißt, wir haben also jetzt die erste Trennungseigenschaft als die identifiziert, die uns sagt, dass eine Menge, die aus einem Punkt besteht, abgeschlossen ist. Und das ist eigentlich sowas, was wir, ja, wirklich gerne haben wollen, oder, ja, um halt vernünftige Rechnungen damit zu betreiben oder um nachher sowas die Stetigkeit zu betrachten. Wenn wir jetzt offene Punkte hätten oder irgendwie sowas, das wäre natürlich eine sehr komische Konstruktion. Ne, also das ist so, das, t1 kann gerade genau das. So, und damit können wir uns jetzt folgendes überlegen, wenn jetzt ein Punkt abgeschlossen ist, ich habe vorhin gesagt, die verschiedenen Trennungseigenschaften folgen nicht unbedingt auseinander, weil eben gerade das der Punkt, das Problem ist, dass ein Punkt nicht abgeschlossen ist. Das heißt also, wenn ich weiß, dass ein Punkt abgeschlossen ist, dann kann ich da was folgern, nämlich dann weiß ich, jeder reguläre T1 Raum ist Hausdorf. das Hausdorf Raum und jeder normale T1 Raum ist regulär. Das hier wäre aus T3 folgt T2, das hier ist aus T4 folgt T3 und das ist jetzt klar, das muss ich Ihnen beweisen. Also kurz würde das bedeuten, falls, ja, wenn wir ein X, sagen wir mal so, für T1 Räume gilt, aus T4 folgt T3 und daraus folgt T2. Also das gilt, wenn wir diese Abgeschlossenheit des Punktes haben. So, für Hausdorf Räume gibt es eine ähnliche Charakterisierung. Also T1 haben wir, wenn der Punkt abgeschlossen ist und für Hausdorf Räume gibt es auch ein schönes Ergebnis. Ein topologischer Raum X ist genau dann Hausdorf Raum wenn ein bestimmter Raum abgeschlossen ist, nämlich wenn Delta X und das ist die sogenannte Diagonale und zwar die Menge aller Punkte X, X in X Kreuz X also wir nehmen nicht das komplette Produkt sondern nur die, wo beide übereinstimmen. Das wäre also, wenn wir jetzt die reellen Zahlen hätten, wäre das die Diagonale in R2 also die Diagonale gerade in R2, genau. Also die Menge aller X, X wobei X aus X wenn diese Menge abgeschlossen ist. So, und der Beweis davon ist so schön, dass ich den hier nicht führen will, sondern dass ich ihn euch überlassen möchte. das ist eine Übungsaufgabe. So, und wenn ich könnte, würde ich jetzt jeden von euch zwingen, diese Aufgabe zu machen, weil das ist eine Aufgabe, der man wirklich was lernt und die auch von der Schwierigkeit her wirklich okay ist. Also das ist, ja, wenn ihr die lösen könnt, habt ihr schon ganz gut was verstanden hier über Hausdorf Räume. Das ist deswegen, das möchte ich euch überlassen und bitte, bitte, bitte macht diese Aufgabe. So, jetzt wische ich mal kurz, dann sehen wir jetzt, was T3 und T4 bewirken. Ja, die Eigenschaften T3 und T4 lassen sich durch Umgebungen formulieren. Das ist jetzt nicht ganz so elegant wie vorher, aber es ist vielleicht auch ganz aufschlussreich. Und zwar folgendermaßen. Wir nehmen einen topologischen Raum. So, dann gilt einmal, x ist genau dann regulär. Genau dann, wenn. Für jeden Punkt und jede Umgebung eines Punktes wissen wir, es gibt eine abgeschlossene Umgebung des Punktes. eine abgeschlossene Umgebung von x, sodass a noch in u liegt. Das heißt also, wir haben einen Punkt x, wir haben irgendeine Umgebung gegeben, u und wir finden immer irgendeine abgeschlossene Umgebung hier noch drin. Also das, ja. Es gibt also beliebig kleine abgeschlossene Umgebungen. Insofern hat das also auch mit dem Betrug abgeschlossen hier zu tun. Also das sagt Regularität aus. So, und bei der Normalität sieht es ein bisschen gefährlicher aus, aber es ist auch machbar. Und zwar für alle a Teilmenge x abgeschlossen und offenen Mengen u, sodass a in u liegt. a in u. So, für jede solche Situation, dass wir so u in a haben, existiert ein v-Teilmenge x offen, sodass a in v liegt. Das liegt natürlich im Abschluss von v und wir wollen, dass der Abschluss von v noch in u liegt. Also wir können quasi in jeder Umgebung von a noch eine kleinere Umgebung finden. Und kleiner in dem Sinne, dass der Abschluss immer noch da reinpasst. Also das ist Äquivalenz zur normalen Eigenschaft. Okay, und im Beweis werde ich nur Teil b beweisen, weil Teil a völlig genauso geht. Also das ist fast Zeile für Zeile dasselbe. Also zeige nur b. a völlig analog. So, dann machen wir erstmal, nehmen wir die Normalität an. Okay, also wir haben jetzt erstmal und dann die Situation a abgeschlossen, u offen mit a Teilmenge u. So, wir haben jetzt die Normalität und müssen so ein v finden. So, und jetzt gucken wir mal, was wir nämlich weiterkriegen. Wir wissen nämlich jetzt, wir können uns eine zweite abgeschlossene Menge bauen, denn wir wollen ja, also um Normalität anwenden zu können, brauchen wir abgeschlossene Mengen, die des Jungs sind von a und die wir eben dann trennen wollen. So, und so eine können wir nämlich hinschreiben, nämlich, achso, wie höre ich da jetzt auf? x ohne u. Das ist abgeschlossen, weil u offen ist. So, und nach Konstruktion ist a geschnitten x ohne u leer. Das ist direkt nach Konstruktion. So, das heißt, wegen der Normalität können wir jetzt diese Mengen trennen. Das heißt, ja, x normal. wir können ein insbesondere ein u0-Teilmenge x finden, das offen ist, mit x ohne u-Teilmenge von u0 und u0 geschnitten a ist leer. So, das heißt, wenn wir uns jetzt mal ein Bild vorstellen, also wir haben so, wir haben a, eine abgeschlossene Menge, wir haben irgendeine offene Umgebung u, so, und das Außenstehende hier, das wäre jetzt x ohne u. x ohne u. So, und wir haben jetzt eine Umgebung von diesem x ohne u, die da noch reinpasst, beziehungsweise die so klein ist, dass a nicht drin liegt. Das heißt, das wäre also so etwas wie irgendwo hier dazwischen, so, und dann eben alles, was hier jenseits davon liegt. Das heißt, dieses pinke hier, das wäre unser u0. Und jetzt sehen wir auch, wie wir unser v bekommen, denn wir nehmen das Komplement. Dann folgt die Behauptung, und da rechne ich jetzt nicht die Details weiter nach, weil das eigentlich ziemlich klar ist. So, und dann machen wir es einfach so, wir nehmen das Komplement, x ohne u0. So, das ist natürlich jetzt nicht offen, weil u offen ist, ist das abgeschlossen, aber wir machen es einfach so, wir nehmen das Innere. Also, v sei einfach das Innere hiervon, und es passt. Also, so bekommen wir unsere Menge v. So, für die andere Richtung. Wenn wir solche Konstruktionen haben, müssen wir jetzt zwei abgeschlossene Mengen trennen. Also, seien a und b abgeschlossen und disjunkt. So, dann ist, jetzt machen wir es genau andersrum, dann ist das Komplement von b, x ohne b offen mit a Teilmenge x ohne b. So, und dann wissen wir eben jetzt nach der Annahme, so, ich nenne die Menge jetzt nur anders, es existiert ein u Teilmenge x ohne b mit a Teilmenge u quer Teilmenge x ohne b. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal eine schöne Umgebung u von a und die noch in x ohne b liegt, das heißt, diese Umgebung u ist auch kein Problem. So, das heißt also, wenn wir das jetzt haben, ich male die Bilder jetzt mal nicht, das kann man sich gerne mal überlegen, wie es dann aussehen würde. Wenn wir jetzt einfach Folgendes machen, setzen wir jetzt v einfach als x ohne u quer. u quer, der Abschluss ist abgeschlossen, also ist das hier offen. Dann gilt eben gerade wegen dieser Eigenschaft hier, so ist b Teilmenge v. Ja, und nach Konstruktion ist eben mit Sicherheit, weil es eben gerade so gebaut ist, so ist u geschnitten v gleich leer. Und das wollten wir. Wir haben eine Umgebung von a, wir haben eine Umgebung von b, die sich nicht schneiden, die beide offen sind, also ist es normal. Fertig. Und für die Regularität ist es eigentlich völlig analog. Da müssen wir halt nur eben statt wie offenen Mengen, die irgendwie abgeschlossenen enthalten, einfach eine Umgebung vom Punkt nehmen. Dann kriegen wir das genauso. Okay, jetzt am Ende noch ein Grund dafür, warum Hausdorfräume so wichtig sind. Und zwar, wir haben jetzt schon mehrmals drüber gesprochen, dass Grenzwerte von Folgen in topologischen Räumen im Allgemeinen nicht eindeutig sein müssten. In Hausdorfräumen ist es aber der Fall. In einem Hausdorfraum sind Grenzwerte konvergenter Folgen eindeutig. Und das ist quasi ein Grund, also da können wir, also außerhalb von Hausdorfräumen ist es meistens schwierig, über Konvergenz zu sprechen. Aber sobald wir diese Eigenschaft haben, das heißt zum Beispiel in metrischen Räumen, sind wir da sicher. Sind Grenzwerte konvergenter Folgen eindeutig. Okay, das ist auch nicht so schwer zu sehen. Dann nehmen wir uns einen Hausdorfräumen. So, wir nehmen uns eine konvergente Folge. So, und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten zwei verschiedene Grenzwerte. Also angenommen, es existieren xy aus x, sodass xn gegen x konvergiert und gegen y. Achso, xy aus x mit x ungleich y. Und ja, sodass das geht. Also es konvergiert wirklich in zwei unterschiedliche Punkte. So, für n gegen unendlich. So, wenn das jetzt der Fall ist, dann heißt das nach Definition der Konvergenz, jede Umgebung von x enthält fast alle Folgenglieder und jede Umgebung von y genauso. Jede Umgebung von y enthält fast alle Folgenglieder. So, und jetzt könnt ihr sehen, worauf es hinausläuft. Denn wenn es Hausdorf ist, da x Hausdorfraum. Weiß ich aber, es gibt u Umgebung von x und v Umgebung von y mit u geschnitten v gleich lea. So, das ist ein Widerspruch. Denn, ja, das kann jetzt nicht sein. Es müssen fast alle Folgenglieder in der Umgebung liegen. Das heißt also, es müssten fast alle Folgenglieder sowohl in u als auch in v liegen. Das könnte aber nur dann der Fall sein, wenn die beiden sich schneiden. Also dann muss es quasi wieder im Schnitt geben. Haben wir nicht. Und, ja, genau. Also Widerspruch. Dies kann nicht eintreten. Da muss ich, ob ich nichts weiter zu schreiben. Nicht eintreten. Also ist der Limes eindeutig. Und fertig. Also das ist so einer der Gründe, warum Hausdorfräume so unfassbar wichtig sind und warum die jetzt auch das ganze Semester weiter begleiten werden. So, also, ich habe jetzt viel über Hausdorfräume geredet, deswegen möchte ich jetzt noch kurz was anschließen und über Herrn Hausdorf reden. Nämlich, Felix Hausdorf war ein, ja, einer der wichtigsten deutschen Mathematiker des 20. Jahrhunderts, kann man sagen. Ein, ja, wirklich beeindruckender Mensch, der in der Topologie und in der Mengenlehre viel geleistet hat, der nebenbei auch extrem viele philosophische und musische Interessen hatte, der Gedichte geschrieben hat und so weiter. Und was noch dazu kommt, was ich noch gar nicht erwähnt habe, der große Verbindung zur Stadt Leipzig hatte, der nämlich lange Teile seines Lebens hier in Leipzig verbracht hat. Um euch das etwas näher zu bringen, haben wir jetzt keine Kosten und Mühen gescheut und werden jetzt die erste Live-Schalte machen, die hier in einer Vorlesung passiert ist. Ich hoffe, die Verbindung steht. Ich bekomme, ja, es scheint zu gehen. Wir schalten jetzt live zu unserem Auskorrespondenten Stefan. Ja, herzlichen Dank, die Verbindung steht. Ich berichte hier live aus dem Dozentenzimmer des Mathematischen Instituts im Hintergrund von einem Bibliotrien. Wir hatten nämlich die ehemalige Bibliothekarin Frau Letzel eine kleine Ausstellung vorbereitet. Sie ist im Wohlstand und im Praktiv. Es geht nämlich in Spuren-Fetix-Hausdorf in Leipzig. Hausdorf ist nämlich quasi Leipziger und hat die ersten 40 Jahre seines Lebens im Wesentlichen in Leipzig verbracht. Hausdorf wurde genauer 1868 gebogen in Breslau, ist jedoch mit zwei Jahren bereits nach Leipzig gegangen, weil sein Vater hier Geschäfte aufgemacht hat. Er hatte unter anderem bei Erz-Huchhändler am Brüdern in der Katharinenstraße. Hier im Hintergrund waren einige Wohnsitze von Hausdorf in Leipzig. Man sieht hier, dass es sehr wie voll zusammengestellt ist. Hausdorf ist also als Zweijähriger nach Leipzig gekommen und hat im Wesentlichen bis 1910 und ist dann im 42. Lebensjahr die Zeit in Leipzig verbracht. Er hat die Nikolaischule besucht, hat dort sein Abitur abgelegt, hat von 1887 bis 1891 Mathematik und Astronomie hier an der Uni Leipzig studiert mit kleinen Semestern Aufenthalten in Freiburg in Berlin. Hat danach nach der Promotion 1895 in Leipzig abilitiert und war bis 1910 zunächst Privatdozent und dann außerordentlich Professor auf der Uni Leipzig. Hausdorf war ein sehr vielseitig zielter Mensch. Er hat sich für Musik und Philosophie interessiert, hat auch nebenbei Gedichtbände geschrieben. Dazu kann man sicher gerne jetzt nachlesen. 1910 ist Hausdorf dann nach Bonn gewechselt an die Uni Bonn, wo er eben dann auch geblieben ist mit ein paar Jahren in Greifswald als Ausnahme. Er war dann Professor im mathematischen Institut der Uni Bonn. Bis zu seiner Meditierung 1935. Seine letzten Lebensjahre waren eher unschön. Hausdorf kam nicht aus einer jüdischen Familie. Hatte es deswegen in der Nazizeit sehr schwer und hat sich tragischerweise 1942 gemeinsam mit seiner Ehefrau das Leben genommen. Weil bei der Abtransport der Bonner Juden und der Zusammenführung im Vernichtungslager im Osten leider kurz bevorstand, sodass Hausdorf immer aus Verzweiflung oder aus Aussichtslosigkeit sich leider das Leben begenommen hat. Heute gibt es hier noch weitere Spuren von Hausdorf. Unter anderem gibt es in Bonn das Hausdorf-Institut für Mathematik, ein Forschungsinstitut, das inzwischen eingerichtet wurde. Und in Leipzig gibt es auch eine kleine Spur, die hier hinten auch zu sehen ist. Von Zeitung bis seit 2011 im Bode ist eine Straße namens Hausdorf-Weg in einem neu angelegten Wohngebiet. Also die kann man in Leipzig finden, wie wir hier noch immer genau sehen können. Ja, dies sind also die Spuren von Hausdorf in Leipzig. Nebenbei bemerkt, ist Hausdorf eben einer der wichtigsten deutschen Mathematik des 20. Jahrhunderts und als solcher nicht von der mathematischen Landkarte wegzudenken. Mit diesen Eindrücken gebe ich zurück in den Hörer. Ah, vielen Dank für die vielen interessanten historischen Informationen. So, das hat hoffentlich gut geklappt. Ja, Hausdorf war also wirklich, ja, eigentlich ein Leipziger von Geburt an. Okay, das war es für diesen Abschnitt. Im nächsten Abschnitt werden wir jetzt vor allem die Bedingungen eines normalen Raums weiter betrachten und werden damit jetzt stetige Fortsetzungsnätze zeigen. Es geht dann vor allem um das Lemma von Uri-Sohn und den Erweiterungssatz von Tietze, die beide ziemlich lange und gefährliche Beweise haben, aber wir gehen da dann Stück für Stück durch. Da wird es also ziemlich technisch werden, aber das kriegen wir auch hin. Bis zum nächsten Video. 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 Tschüss.